Rot, Grün, Gelb, Blau. Gelb, Grün, Rot, Blau. Nein! Herzlich willkommen, Feuergamer. StarkMcFly wieder am Start. Ihr habt es gerade kurz schon gesehen. HandsPhysicsLabs zocken wir heute. Seit schon einer längeren Zeit gibt es ja das Hand-Tracking an der Oculus Quest. Ich lasse mal kurz meine Hände scannen. So, und ich wollte mal ein bisschen testen, was da so geht. Hab mich informiert, was da so die besten Sachen sind. Und bin dann hier auf dieses HandsPhysicsLab gestoßen. Ist jetzt nicht das Beste. Hand-Tracking-Spiel. Da gibt es noch so ein Zaubererspiel. Aber das hier ist kostenlos. Über SideQuest. Link zu dem Video kann ich ja verlinken. Wo ich euch erkläre, wie man auf SideQuest was installiert. Und ich würde sagen, ich stürze mich einfach mal hier rein. Flip your left palm up. Okay. Klappt ja schon mal super. Okay, ich kann hier so ein bisschen näher ran. Ich kann hier die Tasse so nehmen. Und man kann den Mittelfinger zeigen. Das geht ja mit dem Controller nicht, das haben sie extra verhindert. Und kommt hier. Ah, komm her! Wi, Wi. Äähh, das ist das Experimental-Projekt. Genau, das ist jetzt nichts offizielles. und alles auch sehr experimentell, was so alles möglich ist. Ich merke auf jeden Fall, ich habe eine Verzögerung so gefühlt. Ich habe das Headtracking, manchmal nutze ich das auch im Questmenü, wenn er dann, ja, weiß ich nicht. Manchmal kommen halt Situationen, da mache ich das mit den Händen einfach. Ist auch relativ simpel, ne, mit dem Zeigen. So, hier ist es, es ist genauer, aber es wirkt ein bisschen verzögert. Aber gut, ich gucke mal, was alles hier geht. Ich kann zum Beispiel meine Hände anmalen und sauber machen. Ah, guck mal, man kann auch so ein bisschen auf die Ferne schon nehmen. Ja, man merkt schon, es ist, oh nein, das Eis kaputt. Ah, da ist es ja. Es ist nicht so 100%. Okay. Zack, 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 zack. Machen wir ein bisschen noch Grün drauf, schön. Und jetzt kann ich das hier, ach so, ach so, okay. Das ist natürlich stark. Okay, also, wenn man wieder runterkommt, ich mal hier ein Ei an. Aber es ist trotzdem schon ziemlich cool, was man hier machen kann. Da kann ich mir auch mit den Händen sauber machen. Lass, wenn ich das Ei reinfallen lassen, dann ist das auch sauber. Interessant, Eier malen. Hat man, wenn man es mit dem Kind so macht, hat man ein bisschen weniger Sauerei. So, jetzt kommt man hier erst mal natürlich, okay, die geile Ballerei. Kann ich das nicht in zwei nehmen? Jetzt habe ich gerade irgendwie das Tracking blockiert. Stirb! Korrekt, ja, keine Ahnung. Ähm, das ist ein bisschen komisch hier. Wie gesagt, es ist dieses Verzögerte halt einfach, was das Ganze dann wiederum nicht so genau macht. Leider. Ähm, was sieht denn auch interessant aus? So mit Chemikalien rumspielen ist doch immer ganz geil. Okay, das ist Wasser. Das sieht aber nicht so aus, als wäre da Wasser drinnen. Okay, ich kann meine Hände auch verbrennen. Interessant. Dann mache ich die hier rein. Ähm, irgendwas fehlt mir noch hier, oder? Das sieht so aus, wie gerade bei den Eiern, dass ich da irgendwas wieder rein tun kann. Aber ich weiß nicht, was ich da für habe. Okay, da ist natürlich hinter mir. Wofür auch immer. So, ich verstehe gar nicht, was abgeht. Einstellungen. Settings. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt genauer. Wow. Ich habe eine Riesenhand. Was passiert, wenn ich jetzt die Pistole nehme? Jetzt kann ich nicht mehr schießen. Ich habe schon das Gefühl, das ist jetzt ein Ticken genauer. Ich muss meine Hand wieder zurücksetzen. Wie schaffe ich das? Okay, ich mache es einfach mit der Hand. Reset. Okay, alles wieder normal. Okay, das bringt ihn auch zu Problemen. Oh. Mein kompletter Arm. Oh, das bringt ihn aber... Das bringt ihn komplett durcheinander, ne? Aber was da alles theoretisch irgendwann auch möglich wäre mit mehr Tracking-Kameras. Das ist der Wahnsinn. Aber erstmal wieder aus. Okay, damit kann ich den Tisch hoch und runter machen. Alles klar. Sehr gut. So, dann haben wir hier ein Werkzeug. Das klappt nicht so gut. Schnelle Bewegungen. Das klappt auch noch alles nicht so perfekt. Ich weiß nicht, ob das mit meinem Licht... Wobei, ich habe ja eine gute Beleuchtung. Eigentlich müsste das doch gut sein, oder? Buttons. Rot, gelb, grün. Achso. Rot, gelb, grün, blau. Rot, grün, gelb, blau. Gelb, grün, rot, blau. Nein! Gelb, rot, blau, grün. Blau, gelb, rot, grün. Rot, gelb, blau, grün. Rot, blau, gelb, grün. Blau, gelb, grün. Blau, gelb, grün. Blau, gelb, rot, grün. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir können vier Farben auseinanderhalten. Wenn es ruhig ist, dann klappt das echt ganz ordentlich eigentlich. Nicht nur eigentlich, dann klappt es ganz ordentlich. Oh. Er lässt nicht los, er lässt nicht los. Schaffe ich das, das da drauf zu legen? Er lässt nicht los. Er lässt nicht los. Ich gucke nochmal kurz die Einstellung. Ist das... dieses Snapping? Ja, Tatsache. Es lag an diesem Snapping. Ich hatte eben noch diesen weißen Pfeil. Um auch so ein bisschen auf einer gleichen Entfernung was nehmen zu können. Was an sich ja gar nicht verkehrt ist. Aber scheinbar... Oh, sorry. Dann das Tracking irgendwie ein bisschen verhindert, äh behindert. So. Jetzt nehme ich diesen Felsen. Nur... mit zwei Fingern würde ich ihn gerne nehmen. Es ist... Man merkt halt, ne? Sobald er das nicht sehen kann... Also ich... Der Finger... ...verschwindet ja dann... ...hinter den anderen. Und dann weiß sie glaube ich nicht, was sie damit machen soll. Weil dann die Tracking-Kameras diesen Finger nicht mehr sehen können, ne? Ist ja logisch. Äh... Perfekt. Perfekt. So. Ich mache auch ein bisschen manchmal dann den VR. Ein bisschen mein Training. Ne? Um mich auch ein bisschen fit zu halten. Ob ich einen Unterschied merke? Ich kann ja wohl zehn Kilo hochheben. Aber ein Kilo kann ich hochheben. Ich kann ein Kilo hochheben. Kann ich 100 Kilo hochheben? Kann ich 100 Kilo wegschieben? Kann ich nicht. Zehn Gramm? Zehn Gramm kriege ich hin. Gut. Weiß ich nicht, was das soll. Äh... Also... Okay, klar. Man kann den Sachen unterschiedlich Gewichte geben. Und dann kann ich ihn dann natürlich je nachdem nicht mehr bewegen. Das ist jetzt nichts besonderes mit Hand-Tracking. Oh! Oh! Das ist aber jetzt interessant. Ah! Oh! 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 Okay. Okay. Wenn ich so tippe. Hallo, Diffröcke. Hallo, deutsche Feuerkammer. Okay. Haben wir schon. Das Geld zu schnell geht nicht. Okay, dafür ist es nicht genau genug. Das ist... Dieser Knick hier. Man bedient ja normalerweise auch nicht so eine Tastatur. Sondern man hat ja den Knick hier vorne. Wenn man das so macht, sieht das ganz gut aus. Aber es ist leider nicht genau genug. Sagen wir mal so, wie es ist. Das könnte wahrscheinlich schon etwas besser klappen. Okay, alles klar. Ich glaube, da brauche ich dann wieder dieses Snapping. Dann wird es auf einmal wieder gut und hilfreich. Genau. Dann kann ich hier eine gerade Linie zeichnen. Ja, schon fast. Scheiße, ich habe vorher die Schreibschritte vergessen. Deutsche VR Gamer. Ich würde sagen, das ist sogar noch besser als über die Tastatur. Aber alles, es kommt einfach noch nicht an die Controllersteuerung ran. Muss man sagen. Vieles mit diesem Schreiben zum Beispiel über Half-Life Alyx oder sowas. Hat man oft schon gehabt. Und es lief da besser. Es lief da besser, muss man einfach sagen. Willst du mich verarschen spielen? BAM! BAM! Okay. BAM! BAM! Wow! Niemals die Strahlen kreuzen! Egal! BAM! Das hat geholfen. Haben wir ja weggeklatscht. Ähm, okay. Das geht wahrscheinlich schon mal in die Richtung von diesem Magic-Spiel. Was ich am Anfang erzählt habe. Okay, das ist auch interessant. Das ist jetzt natürlich hier so eine Ragdoll-Meschanik. Ich möchte den von der einen Hand in die andere Hand fallen lassen. Das ist aber auf jeden Fall schon interessant, wie das so auf die Hände hier reagiert. Es ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Also auch wenn ich jetzt ein paar schlechte Sachen ja gesagt habe. Es ist wirklich schon sehr interessant. Natürlich muss das noch ein bisschen ausgereift werden. Ähm. Und die Frage, die ich mir stelle. Bewegung. Wie funktioniert das? Aber wahrscheinlich, wenn dieses Handtracking mal 100% funktioniert, dann stehen wir wahrscheinlich alle auf so einer kleinen Plattform bei uns zu Hause. Bewegen uns. Können einfach gehen. Können unsere Hände bewegen. Haben unsere Arme je nachdem noch. Dann kann man ja in dieses Podets, wo man drin steht, auch noch Tracking-Kameras machen. Für die Füße. Damit man dann auch wirklich die Füße sieht. Es ist schon. Also gibt dem Ganzen mal noch 5 Jahre. Oh, 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 okay. Es war mir zu laut jetzt. Keine Ahnung, wie ich hier die Musik leise mache. Hier war nix. Aber das muss ja nicht sein. So, machen wir nochmal kurz jetzt hier dann zum Abschluss. ein Kuchen an. Wie gesagt, das war gerade jetzt schon so eine Art Fazit. Ist noch nicht ausgereift, das Ganze. Aber macht auf jeden Fall Spaß, so ein bisschen rumzuprobieren, was so möglich ist. Okay, das merkt er noch nicht. Hätte er sein können. Hör auf, ist mir zu neun, ist mir zu neun. Warum machen die so nekelhafte Musik an? Ja, mal schauen, ob da noch ein bisschen mehr kommt. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, das ist nur so ein experimentelles Ding hier. Auf SideQuest kann man sich das auf die Quest runterladen. Wie gesagt, Link zu meinem Video in der Beschreibung unten, wie man Spiele mit SideQuest auf die Quest lädt. Und dann könnte es je nachdem auch noch mal rumprobieren. Ansonsten zum Beispiel so Elixir ist glaube ich kostenlos offiziell auf der Quest. Geht auch mit Hand Tracking. Ich habe da auch schon mal reingeschaut. Thema Bewegung, da muss man dann auch so, muss man dann so Dreiecke, man zielt dann auf dem Boden irgendwo hin. Und dann hat man im Prinzip die Teleport Funktion. Aber da wollten wir eigentlich von weg. Dafür gibt es die Sticks mittlerweile. Deshalb, ich glaube die Zukunft, wie eben schon gesagt, werden diese Holodecks, Decks sein. Nicht Desk, sondern Holodeck. Wo man sich drauf stellt, läuft dran rum und man hat seine Arme, meine Hände, man hat seine Beine, alles in VR. Man zieht eine Weste an, man spürt alles. Wirklich, also VR ist schon sehr weit und steckt zeitgleich echt noch in den Kinderschuhen, wenn man überlegt, was für Möglichkeiten es da alles noch gibt. Ich bin gespannt. Ihr könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr so davon haltet. Habt ihr hier auch schon mit rumgespielt? Kennt ihr noch andere Handtracking-Spiele, die interessant sind? Dann her damit, sonst bannere ich euch ab. Und ja, was denkt ihr, wie geht es in der Zukunft weiter mit VR? Und solange, ja, okay, ruhig bleiben, drückt einfach auf den Gefällt mir. Abonniert den Kanal. Haut rein!